Ich bin ganz schön wieder weg, ich bleib nicht lange an, aber MyLady sitzt direkt neben mir und guck mal wer direkt neben MyLady sitzt, so lang, so lang, beide sitzen zusammen, ich habe auch ganz schöne Fotos eben gemacht, MyLady guck mal hier, und ja du auch, bitteschön, sie sitzt direkt neben mir und wie ihr seht, ich kann wirklich, ich bin direkt hier dran und ja, Sir Lancelot sitzt direkt neben ihr und ich habe ganz schöne viele Fotos gerade gemacht, die haben schon direkt komplett nebeneinander gesessen, hallo Thorsten, ich bin gerade so aufgeregt, weil so nah war sie jetzt noch nie bei mir und so nah war sie auch noch nie neben Sir und die ist total mega entspannt hier neben mir, ihr seht das, die bettelt mich gerade an für noch mehr Nüsse, Sir ja sowieso, das sind ungesalzene Pistazien, die bettelt richtig danach, möchtest du noch eine, die nimmt sie ganz ganz vorsichtig aus meiner Hand, hallo liebe Melanie, hallo Jasmin, ich bin so glücklich gerade, eigentlich müsste ich nach den Kartoffeln gucken, deswegen bleibe ich auch nicht lang hier und ich bin nämlich am kochen, ja, oh ihr feinen, ja, oh ich liebe euch so sehr, ja du kriegst jetzt auch, ach sie fordert auch schon ganz, guckt mal hier, sie nimmt sie ganz vorsichtig aus meiner Hand, ihr könnt euch gar nicht, ich freue mich gerade, ich glaube wie ein Kind, Weihnachten, Ostern, Silvester, Geburtstag, alles auf einem Dach fällt, ich bin gerade so glücklich, vor allem weil die zwei nebeneinander sitzen und wirklich typ typ typ, und ja, my lady, Genevier, alles klar, Sir, alles gut hier, alles gut, mein Schatz, die macht wie Sir, die kommt nach vorne und gibt mir noch was, musst du noch eine Nuss haben, du auch, musst du noch eine Nuss an sie gucken, ich habe hier so einen Eimer, ja, seht ihr, so, sie macht jetzt Selbstbedienung aus dem Eimer raus, du auch, Sir, okay, nee, Sir, traut sich nicht so, die ist der Hammer, bitte schön, Genevier, du bist ja mal niedlich, hm, hey, also, ähm, ich brauche es ihr nicht geben sie mal, haha, du bist ja putzig, hm, Genevier, hm, hallo Lamia, hallo Sylvia, hallo Claudia, Marlies, ich hoffe ich habe euch alle, Daniel, ich muss euch das nochmal zeigen, das ist so putzig, guckt mal, ich halte ihr jetzt den Eimer dahin, also ich hole immer die Nussmischungen, ja, das sieht man da, ja, da sind denn Mandeln, Walnüsse und Pistazien, natürlich Ungesalzene und Haselnüsse drin, und wenn ich hier reinkomme, sie holt es sich selber aus ihrer, du machst Selbstbedienung, ach, und direkt zwei, Genevier, direkt zwei nimmst du, du möchtest noch eine große Sir, okay, ups, Marlies, nicht verschlucken, das ist so schön, guck mal, die sitzen direkt nebeneinander, hallo liebe Stefanie, ich bin so glücklich gerade, ich bin so glücklich, die haben sich sogar eben so, ähm, wie geküsst, das war so putzig, ich hoffe, die Fotos sind auch alle was geworden, ich lasse sie jetzt gleich hoch, ich kann mich ja immer freuen, wie so ein kleines Kind, ja, die ist so niedlich, weil die kommt immer direkt so ganz nach vorne und will an dem Eimer dran, ich könnte die so nehmen und knutschen, aber sie soll ja von selber kommen, Sir ist so der Genießer beim Essen immer, und sie macht wieder hier, ich zeige euch das nochmal, hier ist jetzt mein Eimer, und zack, ah, du musst auch lachen, Sir, das ist so niedlich, ja, Sir muss jetzt erstmal futtern, man könnte ihr ja was wegnehmen, ja, und, äh, das geht ja mal gar nicht, ah, jetzt kommt er, möchtest du noch eine haben, Schatz, bitteschön, eine für dich, so, du kriegst jetzt noch eine große Genevieve, oh, ist das lecker, oh, lecker Genevieve, hm, oh, draußen ist mein Kater, der ist am Schreien, lecker, 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 so, ich bin aber auch jetzt wirklich wieder weg, ich wollte euch das nur zeigen, das ist so niedlich, glaubt mal, ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht, guckt mal, die sitzen, weiß ich nicht, 40 Zentimeter auseinander, ich glaub, das sind noch keine 40 Zentimeter, 30 Zentimeter oder so, oder 20, keine Ahnung, ich kann ja so schlecht schätzen, also mein Bumskopf passt dazwischen, ah, Sir will jetzt klauen gehen, das ist so niedlich, guckt mal, guckt mal, guckt mal, ich bleib noch hier, guckt euch das an, ist das nicht, guckt, oh, ich könnte heulen, ich freu mich grad so sehr, so, das ist so, so schön, Tschüss, Marlies, einen schönen späten Nachmittag wünsche ich dir noch, ich komm jetzt auch gleich nochmal wieder, weil wir essen jetzt auch, ich hab die Kartoffeln auf dem Herd, sonst haben wir gleich Pampe, obwohl das ist mir jetzt gerade egal, das ist so putzig, aber wir sehen uns gleich und, ähm, das ist so schön, dass die zwei hier so zusammensitzen gerade und ich freu mich so, 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 so wahnsinnig, das ist so niedlich, das tut meinem Herzen gerade so gut, ja, dass sie so nah beisammen sind und Andrea, ich seh jetzt gerade, du bist da drin, Andrea, guck mal, was die zwei machen, Andrea, das musst du sehen und dann geh ich echt raus, ja, so, guck mal, Andrea, sie kriegen ja immer Nüsse hier, ja, ah, Sir will klauen, guck mal, Sir will klauen, nee, Sir, wir klauen nicht, ich geb dir eine Nuss, okay, nicht mal Genevier klauen gehen, komm, so, hi, Genevier, mein Schatz, ja, aber sie isst jetzt noch, also Andrea, du musst, hallo Dominik, ich hab hier einen Eimer, Andrea, da sind die ganzen Nüsse drin, ja, und wenn ich, äh, hier reinkomme, kriegen die ja immer eine Nuss, hat ich ja erzählt, und Jenny kann nicht mehr abwachen, die ruft mich jetzt immer, ja, und dann, wenn ich mit dem Eimer komme, geht sie mit ihrem Kopf schon selber in den Eimer und holt sich die raus, das ist so süß, so, ich komm aber später nochmal live, ich muss jetzt echt nach dem Essen gucken, total schön, dass ihr alle, ähm, wieder dabei wart, und, äh, ich lade jetzt gleich noch die Fotos hoch und alles, und, ähm, ja, ich freu mich total gerade, weil Sir backert sie voll an schon den ganzen Tag, und er ist so am Schnalzen und am Locken und alles, ja, und, äh, ich komm auf jeden Fall gleich nochmal live, ganz, ganz liebe Grüße, besonders, ihr müsst ja alle wissen, Andrea ist ja unser Amor, ja, die hat das ja erst möglich gemacht, dass, äh, unsere schöne Genevier hier bei uns ist, ich bin auf jeden Fall gleich nochmal da, ja, genau, genau, ne, also bis nachher, ihr Lieben, ciao, ciao.